Sprich, Schildkrötenmann! Schau mal, ob du Gas finden kannst. Er steht normalerweise vor dem Rahmen-Imbiss im Stadtzentrum. Er liebt das Zeug. Verstehe, danke für die Hilfe, Schildkrötenmann. Ist schon gut. Okay, ist schon gut, ich gehe da mal. Danke für das Gespräch. Ich muss jetzt einen Typ namens Gas finden. Ach, da ist ja sogar Gas. Warte, ich schaue mich erst mal um. Ach, hier kann ich speichern. Ah! Okay, Hepa, lass uns dein Spiel speichern. Ja! Hurra! Gute Reise, Hepa! Ja, cool. Jetzt weiß ich, wie man speichert. Badehaus. Okay, dann gehe ich doch vielleicht erst zu Gas. Safe-Point sicher. Ja, aber du kriegst halt null. Du hast am Anfang überhaupt kein Safe-Point gehabt, halt. Aha, hallo, Kleines. Was kann ich für dich tun? Ich bin nicht klein, Herr Geistermann. Ich bin 22! Ach, dein Alter allein macht dich nicht größer als mich. Wer bist du? Ich heiße Gas. Ein, äh, eine Freude, dich kennst zu lernen, Fräulein. Mein Name ist Ash. Also, Fräulein Ash, was kann ich für dich tun? Äh, was machst du? Was machst du hier so? Ein gut besuchter Ort, scheint mir. Ha, der war gut. Du stehst vor dem einzigen Schaffner des, äh, Jamaika. Was ist ein Jamaika? Jamaika, Entschuldigung. Ein Haufen Ärger, das ist er. Er ist ein Transportmittel, das sich von Shiruta nach, äh, Shikara bringt. Und... Shikara? Ah, Shikara, was für eine wundervolle Stadt. Angefüllt mit den Unglücksseligen, die ein, äh, ereignisloses Leben geführt haben. Klingt deprimierend. Ah, ganz im Gegenteil. Es ist ein Strudel aus Licht und Musik, der Augen und Ohren erfreut. Und so viele Läden mit Essen. Ich weiß, äh, wem das sehr gefallen würde. Sind die Rahmen hier gut? Wie sind die Rahmen? Ziemlich gut. Aber ich kenne einen Ort in Shikara, für den könnte man sterben. Ha! Kannst du etwas zu mich reparieren? Ich bin mir nicht... Ich bin wirklich nicht ein Experte dafür, aber ich glaube... Oh Gott, ich hätte es schnell lesen. Das glaube ich zumindest. Glücklicherweise reise ich mit einem, äh, Mikarnik. Hat mir ein oder zwei Dinge über das Reparieren von Zeugs beigebracht. Diese kleinen Kerle können alles reparieren. Okay, ich muss den Essen wahrscheinlich einfach geben, ne? Denkst du, du kannst es reparieren? Sieht ziemlich übel aus, kleine Dame. Aber wenn du für mich ein paar Ersatzteile suchen könntest, habe ich es im Nu repariert. Danke! Hey, weißt du, wo ein Kerl etwas Anständiges zum Trinken herbekommen kann? Du meinst Alkohol, oder? Hilf mir beim Nachdenken, während ich bastle. Ich brauche... Lautsprecher! Batterien! Knaps! Du meinst Alkohol, oder? Hilf mir beim Denken! Schau, ob ich welchen finden kann. Ah, okay. Knaps. Lautsprecher und Batterien. Okay. Davon gibt es noch einen anderen Teil. Den haben wir da vorgespielt. My Big Sister. Das war ein bisschen gruseliger angelehnt. Aber war auch sehr witzig. Also gruselig und witzig zugleich. Und jetzt kam dieser Teil raus. Auf den habe ich, weiß ich nicht, über ein Jahr gewartet. Oder zwei sogar. Endlich draußen. Aber mal ein bisschen was Lustiges. Weil die Gespräche und so sind schon echt nice. Ich versuche das dann auch lustig zu sprechen. Aber, ja. Jetzt ist er so lange Beine. Da musste ich so lachen. Ich glaube, ich habe das auch auf YouTube hochgeladen. Müsstet ihr euch mal anschauen. Das ist wirklich super. Oder selber spielen. So teuer ist das gar nicht. Snaps. Wo hieß Snaps her? Könnte noch so ein Badehaus. Hallo? Jemand zu Hause? Ich schätze nicht. Nee. Hä? Alter. Schau mal, was von anklopfen gehört. Äh, tut mir leid. Das ist unhöflich, weißt du? Tut mir leid. Was bist du überhaupt? Du bist ein seltsames Aussehender Geist. Äh, ich bin kein Geist. Ich bin ein Mensch. Boah, echt? So fleischig und niedlich. So fleischig und niedlich. Warum nicht? Ich habe nur um Geschichten über sie gehört. Ich sage, Mensch, würdest du mir bei einer Sache helfen? Ja, sicher. Toll. Ein Dieb klaut meine süßen Teile. Deine süßen Teile? Ja, meine süßen Honigbutterbrötchen. Eine ganze Ladung von ihnen. Oh, diese Art von süßen Teilen. Was hast du denn gedacht, was ich meine? Äh, ich sage es mal besser nicht. Ähm, folge mir. Schau aus dem Fenster. Wer ist das? Das ist der Dieb. Er steht meine Brötchen. Schau, schau, schon wieder. Warum hat diese Falle nicht funktioniert? Falle? Welche Falle? Da ist eine Falle hinten am Truck. Ach, es ist... Er ist nicht so verschlagen. Warum folgst du nicht einfach? Er ist zu schnell für diese kleinen Füße. Auf der Straße erzählt man sich, ihr lebt am anderen Ende der Stadt. Hilfst du mir, den Brötchendieb zu fangen? Also, hilfst du mir? Ich denke schon, wenn es nicht zu lange dauert. Danke, Mensch. Du kannst das hier als Belohnung haben. Eine Kassette? Alles klar, Melf. Dann bist du da, was. Okay. Okay, dann... Folgen wir ihm mal. So eine verdammte Falle. Kanuki? Ja, sah so aus, ne? Habe ich ihn gefunden. Hey, wie bist du hier reingekommen? Du hast die Tür nicht abgeschlossen. Oh. Ich habe gesehen, wie du das Brötchen gestohlen hast. Warst du denkst? Ich stehle? Wir haben dich durch das Fenster beobachtet. Also, die waren köstlich, okay? Kein Grund, sie zu stehlen. Warum hast du nicht gefragt? Weil ich hungrig war? Wir tun dumme Dinge, wenn wir hungrig sind. Du hast ja recht. Du hast ja recht, ich hätte sie nicht stehlen dürfen. Bitte sag Tricks, dass es mir leid tut. Wenn du Tricks fragst, wird sie sie sicher gerne welche geben. Okay, das werde ich machen. Hier kannst du ihr das zurückgeben. Und nochmal sag dir, es tut mir leid. Leckeres Brötchen. Der Honigtopf. Der Honigtopf. Was? So. Ähm, da. Und dann. Da. Hey, das ist eines meiner Brötchen. Brauchst du etwas? Warum nennen sie dich Tricks? Dein Name ist Tricks? Das ist nur ein Spitzname. Mein richtiger Name ist Damasu. Wozu der Spitzname? So nennen mich die anderen Jommen. Ach, die kleinen Hosenscheißer. Wahrscheinlich, weil ich allen in der Gegend so gerne Streicher spiele. Wer klaut deine Brötchen? Weiß nicht. Wer auch immer es ist, der muss meine Brötchen wirklich sehr mögen. Wir sind sicher köstlich, Tricks. Auf jeden Fall. Die Besten der ganzen Geisterwelt. Muss ich irgendwann auch probieren. Nein, tust du mich, Ash? Wir müssen erst den Dieb schnappen. Sonst kriegt keiner was von meinen Brötchen. Meine festen, runden, köstlichen Brötchen. warum denke ich an 30 zusammen es ist auch ein ferkel seht ihr da habt ihr den beweis sie denkt genauso wie wir du siehst anders aus als die anderen schauen ich mag es nicht wie all die anderen aussehen soll man auch uns auseinander halten können außerdem wollte ich diese traurige stadt dann will ich aufpeppen mit meinem style warum sieht ja gleich aus was wir sehen doch nicht gleich aus bist du dich mein prächtig goldenes haar ist das eine perücke eine perücke entschuldige ich wollte nicht in ordnung mensch du bist neu hier ich versuche tantus ghetto blaster zu reparieren hast etwas was für mich nützlich wäre geht es sicher gut sonst würde es so aussehen wie wir ich weiß dass der benachbarte schon gerne zeugs auseinander nimmt vielleicht besitzt etwas nützliches so ich habe den dieb geschnappt hast du ihm die meinung gegeigt eigentlich nicht er war recht freundlich und echt hungrig ich verstehe mensch meine mama gab mir das rezept und hat mir das backen beigebracht meine mama hat mir auch das kochen beigebracht vielleicht können wir mal rezepte austauschen das würde ich gerne tun aber ich muss einen weg zurück nach hause finden du bleibst nicht ich kann nicht tut mir leid ich muss wirklich zurück nach hause dann wünsche ich dir glück mensch hoffentlich findest du deinen heimweg wünschst du dir nicht zurückzukehren ich denke ich bin hier glücklicher ich denke es wäre schon schön war wieder zu sehen aber da werde ich eines das werde ich eines tages der gedanke macht mich froh ich kann es nicht erwarten sie wieder zu sehen dann kann ich hier all die leckeren dinge zeigen die ich jetzt machen kann bevor du gehst verdammt wo ist es hin ah hier ich habe das hier gefunden während du nach dem dieb gesucht hast es ist eine kassette tantos beats nochmals danke für deine hilfe mensch kein problem haben wir jetzt das brötchen wieder gegeben habe ich eine kassette habe ich mit dem überhaupt reden hey aus dem weg tut mir leid ich wollte nur mit dir reden ich habe eine schaumel namens tricks getroffen er scheint sich von den anderen ein wenig zu unterscheiden sie ist so niedlich oder sie ist ein mädchen aber natürlich warum sind alle schon gleich aus wenn wir in die geisterwelt übergehen nehmen wir eine andere form an normalerweise etwas das an unsere todesursache erinnert aber es gibt auch andere die ich dir auch nicht erklären kann deshalb sehen alle geister so seltsam aus die schaumeln sind daher aber recht faszinierend es scheint dass die meisten kinder diese form annehmen und sie sind so niedlich es sind sie es ist irgendwie traurig dass es tote anbietungswürdig findest du dich die meisten von ihnen wissen nicht dass sie tot sind und tut mir leid ist schon in ordnung mensch du bist neu hier was tricks betrifft sie möchte einfach aus der menge herausstechen kinder bleiben eben kinder später klaus mag mich aber wo ich jetzt die ganzen sachen herkriegen wird schwierig okay ich hab jetzt eigentlich nicht so viel hier gestern meinen spätsel gemacht kann ich hier mit etwas helfen wo soll ich anfangen also wo soll ich zuerst nach diesem ghetto blaster suchen da haben wir ja schon ist vielleicht im wasser gelandet wo bin ich ich frage wo ich bin du bist in eschirota der erste halt in der geisterwelt ich bin in der geisterwelt ja das bist du keine sorge wir sind hier alle ich nicht außer der fischarten da drüben was geht da zwischen dir und tanto war es so offensichtlich auch nein ich wollte nicht ja das ist richtig wir waren mal ein paar aber dieser traurige apfel von einem frissack ich wollte eigentlich nicht sagen er hat sich entschieden an andere orte sushi zu essen hä das ist dadurch davon gerannt und hat mich mit diesem geschäft allein gelassen du hast es gesagt du machst den laden dicht mensch wegen dir du egoistischer penner du hast all meine vorräte gefreschen durchgehen hä oh verzeih mir kleines ich habe mich hier hinreißen lassen warum ist der ständig so hungrig keine ahnung ich wünschte er würde es mit erzählen alles was ich aus ihm rauskriege ist es ist kompliziert mensch warum heißt dieser ort sushi boys der schlaue meier hier hat gesagt das würde mehr kunden anlocken und die steht zu meiner entscheidung mensch ich lockt das immer wieder an weil du mein einziger kunde bist du zahlst dich war für sein eil von dein essen was war der vorherige name ist der sushi langweilig was auch viel kopf die waren mal ein paar ich muss auch schnell einkaufen er macht das mal kurz mein tattoo einkriegen ich schicke ich dann per post und komme an die berechnung dauert bis zu 69 prozent akku ähm gehen wir mal ins badehaus vielleicht habe ich da ein bisschen erfolg mit irgendwas da kann man auch rein warte gleich ist schon drin hier geht es runter das ist eine spüle was ist hier drin richtig essig ich frage mich was da wohl drin ist batterien die nehme ich mit batterien von wow die habe ich jetzt durch zufälle gefunden scheiße der voll kacke versteckt hier jetzt fehlen mir noch ähm was fehlt mir noch laut und schnapps ich schnapps ja bestimmt im badehaus im badehaus saufen die alle gar kann man hier auch rein ne speicher mal kurz ich kriege so wie jemand nach oben zum badehaus damit kann ich nichts anfangen aber du sollst reingehen wie du fragst wir gehen da nicht rein oh nein ok dann weiß ich jetzt nicht wo ich die sachen herkriege da gibt es noch eine treppe nach oben man muss erstmal gucken wie man hier überall hinkommt da ist der andere weg nach oben ah wochis tattoos da gehe ich jetzt hin oh gott da ist lustig gerade schläft was zum kuckuck ist das wer dieser sack voll eingeweide das ist mein kunde haha ich werde genannt oh ein mensch hallo mensch ich muss wohl träumen hoffentlich von mir lass mich raten du willst eins von meinen berühmten tattoos also du musst du später wieder kommen ich bin gerade etwas beschäftigt ich muss immer noch diesen Müllsack abfertigen genau ich weiß dass irgendwo in dieser rübe noch etwas ist dass ich das das mich hören kann du fühlst vielleicht nicht den schmerz meiner nadel aber meine beleidigungen treffen dich bis in deine seele hinein hä mach dir um mich keine sorgen schätzchen diese traurige entschuldigung von einer kartoffel hat meine beine in einem kartenspiel gewonnen und doch war ich es der von diesem geschäft profitiert hat mit einem paar extra hände kann man so viel machen kann man so viel mehr machen ok wo sind meine manieren geblieben mein name ist hochi und wie lautet dein namen ich bin ash es ist immer ein vergnügen menschen zu treffen wie bist du hier gelandet schätzchen äh ich bin diesen kleinen kerl gefolgt tanto hahaha tanto das ist mein name der überall bekannt ist dieser kleine typ richtet so gerne unheil an von seiner appetit gern zu schweigen ist mir aufgefallen also lass mich wissen wenn du etwas brauchst danke hochi jederzeit mensch schau mich aber trotzdem mal um damit kann ich nichts anfangen eine flasche wein hey hochi macht es dir was aus wenn ich das hier mitnehme bedien die schätzchen dieser kerl braucht das nicht mehr danke ich hab wein aber ich brauch schnaps mhm hallo duck reno ja man ist zweimal schnell mit einem doppelten paar händen beim äh was was das ist gar nicht für dich klonen dame was meinst du hier ich versuche ein einhören auf die brust dieses typen zu zeichnen so ein kerl möchte ein tattoo von einem einhorn nö das wird vielleicht überraschend überrascht sein haha das erste mal in shiruta hier ist mein rat für einen neuling wie dich trinke nicht das wasser ok was bist du genau ist das nicht offensichtlich ein tattoo künstler wer hat gesagt ich wäre ein künstler haha ich denke normale leute haben nicht vier arme zum glück bin ich nicht diese leute wer ist der kerl wer dieser typ dieser leblose haufen der mich beim kartenspiel betrügen wollte ich schätze man nennt sowas einen kunden ok ähm kennst du tanto haha ob ich den kenne der kleine ist ein unruh stifter die meisten leute hier mögen ihn nicht ich schon ich liebe den kleinen kerl der ist schon ein äh der ist schon eine nummer das sage ich dir auf mich wirkt er gar nicht so lustig warum was hat er mit dir gemacht er hat fast meine wohnung niedergebrannt hahaha oh man der kerl ist verrückt wow äh ghettoblaster äh hochi weißt du wo ich einen ghettoblaster finden kann hey das wird mumma aber nicht gefallen lass mich raten Tanto hat ein neues mixtape gemacht ich habe keine ahnung ich brauche es um mumma zu sehen wer auch immer das ist also ich habe keinen ghettoblaster haha du solltest dir das verlassenhaus im westlichen teil der stadt anschauen verlassen ein kerl mit einer kapuze hat man dort gelebt aber er ist in die großstadt gezogen danke hochi jederzeit kleine dame ok das war es äh ich möchte ja vielleicht Wein haben ok er will das nicht ne scheiße ich möchte das nicht nicht mehr ich möchte noch mal sagen Ich sag gar nichts. Ich sag nur, ihr schuld mir Gebühren, so. Kamil, danke schön für deine Vergiftung an Dark Hero. Ich wollte gerade Dark Reno vorlesen, aber das ist ja ein Dark Hero. Ja gut, jetzt weiß ich aber nicht. Das war wahrscheinlich das Haus, was er gemeint hatte, das Verlassene. Geht auf Paper, öffnet Paper. Ist ja dumm. Ja gut, was mache ich denn jetzt? Hm, nom, 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 nom. Autonomous. Talk of the Town, Errungenschaft. Ich glaub, das ist meine allererste Errungenschaft von 43. Aber runter kann ich nicht mehr, ne? Mini-Mimik! Jetzt ist halt die Frage, wenn schon die Batterien so versteckt waren, dann werden die anderen Sachen auch bestimmt versteckt sein. Geht. Hm. Fehlten Batterien, Lautsprecher und Mixtape. Kann ich das? Also Mixtape und Batterien habe ich. Dann fehlt mir jetzt nur ein Lautsprecher. Stärken Grube. Also kombinieren kann ich es irgendwie nicht. Ich bin ja nie blind. Okay, ich hab jetzt Zeit. Neuer Ernst jetzt? Ähm. Na ja, ich glaube, ich sehe ich knauserig hier. Mhm, mhm. Na ja, alle knauserig. Ich sehe schon. Schrecklich. Knauserige Menschen. Ja, schrecklich. Hätten paar Nullen noch ran können, aber gut. Kann ihn das nicht geben. Er möchte wahrscheinlich kein Wein. Exakt. Ich geh nochmal zu dem Tanuki, ne? Vielleicht hat der noch irgendwas. Genau, 650 von Konti überweisen, aber dann kann ich nicht umziehen und lebe auf der Straße. Das wäre nicht so gut, ne. Das möchte ich natürlich auch nicht. Oh, okay. Wir reden nicht mehr mit denen. Kann ich irgendwas mitnehmen oder so? Oder hat jemand noch eine Tür gesehen, wo ich noch nicht drin war? Nee, beim Brunnen. Der Brunnen sieht verdächtig aus. Da ist nichts. Da ist nichts. Nein. Okay, zahlt nur 1 K. Als ob du immer so viel hast. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Kappe. Kann ich den Lautsprecher jetzt hier? Fast okay. Ich weiß, dass ich das mache. Das ist mir bewusst, dass du sowas einfach so sagst. Aber ich glaube, du hast den Monat schon genug gemacht. Ich weiß nicht. Kann ich auch nicht reden, ne. Wo liegt hier ein Lautsprecher? Kann man hier irgendwie am Rand rein? Nee, ne. Ich glaube, dafür sind wir zu fett.